Für welche Mom soll ich mich entscheiden? Für die gute? Oder die schlechte? Okay. Ups, der Marker ist auf das andere Dokument durchgekommen. Tja, jetzt habe ich zwei Moms. Oh, ein Burger. Das ist mein Burger. Ich habe etwas Gemüse für dich gemacht. Es ist sehr gesund. Das ist ungerecht. Ich weiß. Mom, lass uns ein Spiel spielen. Ein Essenrad. Klar. Und ich bekomme... Ein Burger. Oh ja. Freu dich nicht zu früh. Es ist noch nicht stehen geblieben. Was? Aber warum? Du isst Gemüse. So ist es fair. Oh Mann. Guten Appetit. Nein, das esse ich nicht. Wirklich? Ich weiß. Wie wäre es damit? Ich habe mich nicht zufrieden. Kommt mit Kirschtomaten. Karotten. Mais. Und Erbsen. Einen Regenbogen. Und Rotkohl. Macht Wolken aus Reis. Und legt sie an die Basis des Regenbogens. Ein echter Regenbogen. Ich rieche an Regenbogen. Hier ist er. Ein Einhorn. Ich tausche den Regenbogen gegen ein paar Süßigkeiten. Wow. Ist das okay? Danke. Hey, warte. Sie braucht Gemüse. Hier ist unsere Einkaufsliste. Brot, Saft. Beeil dich. Der Laden schließt bald. Ich komme ja schon. Was steht nochmal auf der Liste? Ich werde nachschauen. Oh nein. Was ist denn? Ich habe die Liste verloren. Kopf hoch. Die Liste wird bestimmt irgendwo sein. Oh. Mich. Los, komm. Wir haben mich. Genial. Dann streiche ich sie durch. Und Chips. Ich muss das Porträt vor dem Mittagessen fertigstellen. Haare. Ein Kleid. Und Ohrringe. Oh. What? Josi, was machst du da? Ups. Die Marker gehen nicht mehr ab. Aber ich habe eine Idee. Ich füge hier ein paar Striche hinzu. Und hier. Und schon blühen bunte Blumen auf dem Shirt. Ich sprühe Alkohol darüber. Um meinen verwischten Effekt zu erstellen. Wow. Danke. Schau dir mein T-Shirt an. Magst du es? Ich habe eine Idee. Kann ich es haben? Fertig. Du hast die einmalige Gelegenheit, dieses Meisterwerk zu kaufen, bevor es versteigert wird. Das ist ein echtes Kunstwerk. Ich kaufe es. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Und dann ist etwas Verrücktes passiert. Oh. Das Glas ist zerbrochen. Du musst für das Glas bezahlen. Wer es zerbrochen hat, muss es bezahlen. Du hast das Richtige getan. Warum bist du so traurig? Ich habe mein Taschengeld verloren. Was würdest du ohne mich tun? Ich gehe nie ohne sie aus dem Haus. Kenner. Du hast eine Kakerlake im Salat. Ups. Wie peinlich. Willst du uns nicht entschädigen? Ich hoffe, das reicht. Soll das ein Witz sein? Willst du, dass ich eine Szene mache? Sei nicht so gierig. Und nimm den Salat weg. Josie, hier ist dein Geld. Wow. Josie, ich habe eine Überraschung für dich. Tada. Airpods. Danke, Mom. Meinst du, man kann meine Eule retten? Ich habe eine geniale Idee. Hier ist eine neue Hülle für die Airpods. Nehmt etwas Füllung aus einem alten Kuscheltier heraus. Klebe deine Airpods-Hülle hinein. Füge auch eine Kette hinzu. Wie schön. Ich glaube, die steht mir gut. Auf jeden Fall. Airpods. Sind die für mich? Nein. Die sind für mich? Na gut. Ich habe Kopfhörer für dich. Aber ich will Airpods. Jetzt hast du welche. Danke. Sie holt den Ball raus. Die nächste Zahl ist vier. Vier. Ja. Und acht. Glückwunsch an die Gewinnerin. Ich habe gewonnen. Ich auch. Das Geld gehört mir. Nein, es gehört mir. Nein. Gib es zurück. Hört auf zu streiten. Teilt einfach den Gewinn. So. Was hast du getan? Oh. Was machen wir jetzt damit? Josy schläft. Und träumt von... Mom, da ist ein Monster unter meinem Bett. Keine Sorge. Du hattest nur einen Albtraum. Wir können es verjagen. Und ein Traumfänger wird uns dabei helfen. Mal deinen Holzring an. Flechtet deinen Traumfänger mit Garn. Mach Knoten von den Rändern zur Mitte hin. Fädet Pern auf, die näher an der Mitte sind. Und formt eine Schlaufe. Befestigt eine Feder mit einem Verschluss. Befestigt sie am Garn. Und hängt sie an den Traumfänger. Wiederholt den Vorgang mit anderen Farben. Jetzt kriegst du keine Albträume mehr. Schlaf gut. Ich bin zurück. Ein Traumfänger. Rette mich. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Geh nicht weg. Da versteckt sich ein Monster unter dem Bett. Monster gibt es nicht. Ich sehe nach. Was? Wo ist mein Schläger? Monster. Ich komme zu dir. Hilfe. Hilfe. Es kommt nicht zurück. Versprochen. Ich habe Kekse. Was brauchen wir noch? Ups. Was habe ich getan? Du steckst in Schwierigkeiten. Wer war das? Sie war es. Ist das wahr? Sie ist ein Engel. Sie kann es nicht getan haben. Aber sie war es. Du lügst mich an. Ich fange an zu weinen. Nein. Ich weiß, dass du es warst. Bezahle. Fiesling. Lass uns spielen. Josy. Deine Puppen liegen überall rum. Bitte heb sie auf. Ich will nicht. Gut. Sieh mal, was ich habe. Ich weiß doch, wie sehr du Squid Game magst. Schneide deine Puppensilhouette aus Stoff aus. Näh zwei Teile zusammen. Lass dabei ein großes Loch in der Nähe des Kopfes. Krempelt es rechts um. Näh das Oberteil zu und befestigt eine Kordel. Schneide deine Filzmaske und Kostümteile aus. Und klebt sie auf. Wow, danke. Und jetzt packst du all deine Spielsachen in diese Tasche. Okay. Fertig. Bleib erst mal hier. Oh, süßes Spielzeug. Wie niedlich. Puh. Das hat Spaß gemacht. Oh, ups. Diese Puppe ist verhaftet, weil sie gegen das Gesetz verstoßen hat. Wir müssen ein Puppengefängnis bauen. Wir brauchen noch einen Stuhl und ein Bett. Und der Verbrecher wird eingesperrt. Jennifer, hast du etwas Geld? Nein. Nein, ich habe auch keins. Gewinne Geld für eine Erfindung. Das ist unsere Chance. Josy, ich habe neues Toilettenpapier erfunden. Was hältst du davon? Was? Mein Toilettenpapier ist hundertmal cooler. Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Und was sagst du jetzt? Pelsschuhe. Und Nieten. Das ist interessant. Das ist interessant. Aber es ist nicht einzigartig. Schade. Ich habe eine Idee. Ich bin eine gute Mom. Und ich bin eine schlechte Mom. Ich bin die Beste. Und ich bin die Schlechteste. Sehr gut. Wir haben etwas Geld verdient. Ein Zahn für mich. Und eine Münze für dich. Nicht so schnell. Deine Mom hat mich überzeugt. Das ist alles, was ich habe. Kann ich gehen? Ja. Danke. Bye, Fee. Warum bist du traurig? Das ist alles, was die Zahnfee mir gebracht hat. Ich habe da eine Idee. Fee, warte. Ich habe ein Angebot für dich. Die Fee ist zurück. Sie hat Geld mitgebracht. Wow, danke. Bye, Fee. Dein Zahn? Ach, mach dir darüber keine Sorgen. Was soll ich mir aussuchen? Vielleicht dieses Kleid? Genie umkleide. Was sagst du? Guckst du sie etwa an? Nein. Okay. Wie wäre es damit? Hm. Nee. Gefällt dir das? Auf keinen Fall. Ist das wirklich so schlimm? Was? Ich kaufe das alles. Und die Brille. Ich habe diese Kleider ausgesucht. Die stehen dir sowieso nicht. Wirklich. Oh. Aber. Hi, beste Freundin. Hat alles geklappt? Hier ist dein Anteil. Das wird deine schöne Brieftasche. Geschafft. Näht ein Stück Sacklein an einen Reißverschluss. Näht es am Rand entlang und grennt bitte so um. Zeichnet mit deinem Marker ein Dollarzeichen. Wickel deine Korde um das Säckchen. Behalte es. Ich bin mit dem, was in dem Sack ist, zufrieden. Bye. Oh. Mom, das ist für dich. Eine Brieftasche für dein Geld. Danke. Die kann ich gut gebrauchen. Was? Wo ist das Geld? Warum ist da ein Loch? Hey, mach auf. Das Hähnchen ist fertig. Ich muss nur noch den Salat machen. Ist das Mittagessen fertig? Ich bin am Verhungern. Warte, ich bin gleich fertig. Ich bestelle mir was. Das riecht gut. Ich werde die Mädels rufen. Was? Ist das Junkfood? Wir hatten zu viel Hunger und konnten nicht warten. Warum habe ich dann für euch gekocht? Komm schon, hier. Ist was. Mom, meine Haut ist trocken. Oh, warte. Hier ist deine Feuchtigkeitscreme. Sie wird dich vor der Kälte schützen. Wir brauchen noch mehr. Hi, ich nehme das. Hi. Lauft. Was ist denn mit dir los? Wo wollt ihr denn hin? Ihr seid viel zu nervös. Mom, meine Wangen sind kalt. Du Arme. Ich habe eine Idee. Warte. Und? Erledigt. Eine warme Skimaske. Probier sie an. Danke. Danke. Skizziert die Löcher für die Augen und den Mund auf der Mütze. Zeichnet die Umrisse mit einer Schablone nach. Und schneidet die Löcher aus. Verziert die Ränder mit Garn. Bringt süße Verzierungen an. Hi, Mom. Ein Einbrecher. Ich wollte nur einen Apfel. Soll ich die gute oder die schlechte Mom nehmen? Was denkt ihr, welche ich wählen soll? Kommentiert unten. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.